Ja, wenn Vater Kunst schafft, dann hat das was mit Essen zu tun. Aber es gibt nicht nur Brot, es gibt auch dicke Fleischwurst, hier zu sehen, aus dem Kesseltopf, warmes Toastchen. Schmeckt bestimmt zu Kartoffelsalat, schmeckt das doch. Tomaten, Radieschen, Gurke, Brot und Brötchen für die Mannschaft. Wo ist denn die Mutter? Doch nicht da. Ach ne, ist klar. Oh, Radieschen haben wir auch noch. Also von allem genug, guten Appetit.